...Halle, Heimatrausch, heißt hier, wir haben alles, was das Outdoor-Herz beliebt und ihr könnt euch informieren, was es denn heißt, hier Outdoor zu leben. Das heißt hier, wir können gerne auch mal hier zu dem Stand von All-Mighty-Boards gehen. Also hier haben wir die Möglichkeit, nämlich über so ein Balance-Board die Muskeln zu trainieren und aber auch einen Riesenspaß draus zu machen. Und das Ganze ist jetzt nicht nur, habe ich mir erklären lassen, nur zum drauf-rum-balancieren mit den Beinen, sondern man kann hier auch richtige physiotherapeutische Übungen drauf machen und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Kommst mal mit. Also wir sehen hier schon, hier ist er fleißig hier am Balancieren und hier kann ich jetzt mal den Felix kurz begrüßen von All-Mighty-Boards. Servus. Servus Spurni. Hi. Erzähl uns doch mal was über eure coolen Boards. Ja, mit unseren Boards kannst du balancieren. Balance-Board nennt sich das Ganze ja, aber noch viel mehr. Der erste Schritt ist einfach mal drauf zu stehen. Und wenn das gut klappt, kann man verschiedene Übungen machen. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, da sind wir ja schon mal gespannt hier. Also es gibt hier auch scheinbar unterschiedliche Härtegrade von diesen Rollen, oder? Okay. Es ist ein bisschen hier so vom Skateboard fahren, oder halt dementsprechend so ein bisschen hier, aber es ist ganz schön wackelig, die ganze Nummer. Also ich sehe schon hier, uh, uh, uh. Aber vielleicht hier so ein bisschen mit ausbalancieren und so. Es geht. So wie beim Yoga gestern. Bitte finden, ja, schon. Oh. Also ich glaube, so jetzt habe ich die Mitte. Kappt. Wenn es klappt, dann kannst du jetzt zum Beispiel versuchen, in den Knie zu gehen, wieder hochkommen. Start. Und dann finden wir auch hier in der Heimatrauschhalle, unterm schwarzen Parmellion, Heimatrauschhalle 5, hier auf der Freizeitmesse hier in Nürnberg 2018. Danke dir, Felix. Gerne. Und viel Spaß noch auf der Messe. Bis später. Ciao. Mach's gut.